Mit dabei, amtidampi, äh, schlampi? Merhaba, Kadashlaun, herzlich willkommen zu einem neuen Video, mit dabei, amtidampi, äh, schlampi? Und Mingam! Was, du musst reden, als wärst du der Mingam. Ach, stimmt, und ich, Mingam. Freunde, ja, wenn ihr wissen wollt, wie man eine Strecke fährt, dann bleibt dran. Da hamtidampi, schlampi. Und das war das neue Intro von nun und so. Hey, das ist die schnelle Säune. Wie ihr hören könnt und sehen könnt, ist Shane dabei, mit seinem neuen Moped. Ein ganz cooles Teil. So, warte. Erzähl mal, was hast du für ein Gerät? KTM 690, gell? Ja, ja, ein schönes Mopedchen, gell? Ja. Ja. Es könnte euch bekannt vorkommen, Messi hat ja auch so eins. Nur ist so, dass Shane seins ein bisschen älter ist, oder nein, älter. Ja. Äh, Shane hat, was hast du gesagt, 2012? 12? 15. Ah, 15 und Messi hat 18? Ja. Okay. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich, außer die Farben. Shane seins ist schwarz. Ja. Ja. Schwarz. Jetzt haben wir gleich neue Leute im... Das klingt so, gell? Hey, so alle zusammen. Hey, ich habe schon vergessen, wie ich schnell schalte. Keinen Witz. Ja, bis Ende des Tages hast du alles wieder drin, ja, ja. Hoffentlich. Weisst du, ich bin so... So ärrigerts nochmal. Hey, da sind wir doch immer hochgefahren, Gene, mit der Honda. Ja. Ja, genau. Jetzt sind wir einfach verkehrt am Fahren. Ja. Weisst du, was du machen könntest, Aylin? Hä? Du machst, dann weisst du das. Oh, jetzt habe ich eine echt gute Idee für dein Video. Nachher nehme ich mich auch auf, oder? Ja. Und dann nimmst du, wenn du sagst, hey, das ist eine Tasche. Dann kannst du noch einen kleinen Clip von mir zeigen. Ja, voll. Also, wenn du willst, ist nur so eine Idee. Ja. Am besten ist, ich werde... Hey, wo bist du? Hallo. Was weisst du? Ähm, ich werde sonst OneDrive, weisst du, freigeben. Damit du bei mir auf meinem OneDrive kannst du hochladen. Ah. Ja. Dann kann ich dir einen geilen Clip nehmen. Genau. Ja, machen wir sonst ja schon. Also, wenn es gut aussieht mit dem Ton. Ja. Aber ist schon eine geile Idee. Ja. Guter Ton, ja stimmt. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Nein, nein. Ich kann dir einen ja schicken auch. Ja. Ja. Ich mache es ja auch mit dem Mikrofon nachher. Ja, tiptop. Ja, nein, dann schicke ich dir auch. Ja, dann ist tiptop. Oder du lässt den Ton machen von deinem Video. Aha, ja. Und nimmst einfach das Videomaterial von ihm. Ja, so geht es auch. Ich schicke dir einfach beides. Ja, komm, schickst du mir beides. Genau. Kannst du dich ja entscheiden. Okay. Nein, es wäre eigentlich geil, wenn ich ihm seinen Ton habe. Ja. Weil andere Kamerasicht und so. Weisst du, andere Töpfe sozusagen. Also, es soll auch ein anderer Ton sein. Hey, ja. Bringen wir schon an. Hey, einfach ein riesen Massage, wenn ich habe im Arsch. Ja, ja. Hey, wirklich. Hey, so am Vibrieren, warte. Ist komisch. Ja, hey. Sehst du, dass sie kommen, du Vollidio? Was ist das passiert? Ja, der andere überholt Velo, aber er ist mit der ganzen Kiste auf meiner Spur. Du bist schon hinter mir, oder? Ja, ja. Also, ich habe gemerkt, Gene, beim Abenschalter, ich gebe noch etwas zu wenig Gas. Ich mache sie noch etwas mehr. Okay. Du musst dann mein Video schauen. Ja, ich bin jetzt auch da so müde. Abenschalten mit der... Abenschalten und etwas Gas geben dabei. Eben, ja. So bist du halt schneller und schneller. Ja, vor allem eben, es ruckelt nicht so. Ja. Nervig. Ausserdem, du musst eh bremsen. Nachher würde ich noch ohne Zwischengas, damit du durchbremst. Ja, wenn du nicht bremst. Zum Beispiel, weisst du, Ampeln oder so. An die Ampel nach vorne fahren, dann schalte ich einfach runter. Aber... Genau, ja. Ich versuche mich wirklich anzuwenden, so normal beim Fahren. Wenn ich noch schalten muss, Gas noch geben. Weisst du, einfach mit einer Fotos zu stehen. Ja. Auf der anderen Seite nicht der Polo. Wohl. Aber der hat dich zu. Dino, klöpfe ich, ey. Nein. Oder war das deine, Heidi? Nein. Wirklich nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Mal schauen. Ja. Das kommt schon wieder. Old kommt ein Tutorial. Wie man den DB-Killer rausnimmt. Ja, ja, ja. Na, bleib dran. Bei dir ist es kompliziert, wenn ich den. Ja, nein. Ich bin ein Tutorial. Ja, das ist ein Tutorial. Ja, das ist ein Tutorial. Das ist ein Tutorial. Was? Was, wenn du hier stehst? Ja, ich habe. Ich schaue es doch. Was? Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist ein komisches Gefühl. Nein, also mein erklebt schon öfters mal. Nein, was das ist. Hinter mir immer. Nein, ich bin es echt nicht. Der hat ihn immer so mit dem Topf oder so. Nein, auch nicht. Schau mal, wunderschön dort. Ja, schau da. Alpis. Tschüss. Ja, ich bin der Arka. Jetzt sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Ja, nein. Willst du nicht noch 5 Minuten machen? Nein. Auf dem Park warten. Hahahaha. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt auf euch Acht. Glögele.